Hallo und herzlich willkommen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. Wir sind Mira Höfler und Josefin Pesler und wir sind die Studienberaterin hier an der Hochschule. Wir sind die ersten Ansprechpartnerinnen für alle Studieninteressierten für ein Studium, aber auch für alle Studierenden hier an der HTW. Und jetzt kommen Sie gerne mal mit, wir zeigen Ihnen unsere Beratungsräume. Die Allgemeine Studienberatung berät und informiert bei allen Fragen rund ums Studium. Wir unterstützen Sie bei der Wahl des richtigen Studienganges und sind auch im weiteren Studienverlauf bei allen Fragen gerne für Sie da. Alle unsere Beratungen sind vertraulich und auf Wunsch anonym. Gerade vor und zu Beginn eines Studiums tauchen bei Ihnen sicherlich viele Fragen auf. Das ist einerseits, welcher Studiengang passt zu mir, wo werde ich im Studium wohnen, wie finanziere ich mein Studium und wie bewerbe ich mich überhaupt. Für all diese Fragen können Sie gern für ein Gespräch zur Studienorientierung zu uns kommen. Sie erreichen uns aber auch gern telefonisch und per E-Mail und auf unserer Webseite haben wir auch sehr viel Informationsmaterial für Sie zur Verfügung gestellt. Aber auch wenn im weiteren Verlauf des Studiums mal was nicht so rund läuft, eine Prüfung nicht geklappt hat oder Sie vielleicht doch an Ihrer Studienwahl zweifeln, kommen Sie sehr gerne bei uns vorbei. Wir versuchen mögliche Alternativen aufzuzeigen und Handlungsoptionen gemeinsam mit Ihnen zu entwickeln und verweisen Sie unter Umständen auch an weitere Ansprechpartner hier im Haus oder auch im Studentenwerk Dresden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns auf Ihren Besuch bei uns auf Ihren Besuch bei uns.